Hallo Leute und Willkommen zurück zu Binding of Isaac. Wir haben letztes Mal mit Isaac und dem Würfel gespielt und da haben wir gerade im Teufelraum ein Damage Upgrade genommen. Jetzt gehen wir weiter. Mit einem schönen Geschenk. Was ist das? Kacke oder? Puh, okay. Die Kacke. So, erstmal maden, aber mit dem neuen Damage Up halten die nicht viel aus. So, die Farbe geht vielleicht zuerst, weil die macht ein ganzes Herz Damage. Wow. Und da haben wir sie alle tot. Was haben wir hier? Bad Trip, super. Geht mir bloß weg. Alter, ich hasse diese Dinger. Vor allem in der Raumkonstellation. Der Kompass. Mir fehlt eine Münze. Mir fehlt eine Münze. Eine Münze, die ich jetzt gerne hätte. Eine Münze. Danke. Die holen wir uns natürlich gleich, die Münze. Damit wir uns sofort den Kompass kaufen. So, und dann sehen wir nämlich, da ist der Geheim. Der Itemraum. Also. Ein Raum noch Verschwendung, aber der müssen wir machen, weil wir sonst nicht reinkommen in den Itemraum. Aus dem Weg. Geh weg, Lerich. Und du hast doch eh keine Chance. Ich habe dich schon mal besiegt heute. Einmal noch. Doch nicht. Doch noch fünfmal. Schauen wir mal rein. Oh, noch mehr Damage. Nehme ich natürlich. Damage voll. Sehr schön. Oh, kleiner Cut. Jetzt werde ich angerufen. So, Entschuldigung. Bin schon wieder da. Erstmal muss die Kiste. Und die Pille. Die ist bestimmt schlecht. Telepille. Hat sich fast gebracht. Da komme ich ja eh nicht rein in den Raum. Fliegen. Geld. Maden. Aua. Ich sollte aufpassen. Geh doch weg. Bombs, Akis. Nehme ich natürlich. Schauen wir mal nach dem geheimen Raum. Da. Da. Da oben. Oder noch eine Möglichkeit habe ich noch dann. Ja, super. Und für die habe ich leider keinen Schlüssel mehr. Hm. Also Damage passt. Jetzt hätte ich gerne noch, äh, Tears. Schussgeschwindigkeit bitte. So. Bomben fliegen. Jetzt werden langsam ausschalten. Kein Damage passieren. Hat geklappt. Nee. Aber ich habe da eine Münze reingeworfen. Wenn ich eh nicht reingehen will. Vielleicht kriege ich hier noch eine Bombe. Aua. Ich stelle mich gerade so behindert an. Das heißt behindert einfach nur dumm. Bleib doch stehen. Ich stelle doch eh. Gibt er mir vielleicht eine Bombe. Also danach. Ja, hör mal auf. Ich brauche eine richtige Bombe. Eine zum mitnehmen bitte. Ja. Aber. Hm. Was haben wir hier? Bad Trip. Tolle Pille. Im Moment. Jetzt zeige ich euch einen Trick. Aber zuerst. Hier. So kommen wir auch in Geheimraum. Einmal außen rum. Halt. Machen wir es doch gleich so. So. Ja, ja. Ich weiß, was dumm ich bin. Blablabla. Aber jetzt passt mal auf. Jetzt ist es nämlich eine volle Lebenpille. Das ändert sich. Wenn man nämlich ein halbes Herz oder nur noch ein Herz hat. Dann ähm. Dann wird die. Bad Trip Pille zur volle. Full Heels Pille. Wir müssen gegen A Fallen kämpfen. Oh, vielleicht kriegen wir dann ein cooles Item raus. Ist es jetzt der, was sich aufteilt oder der, was sich nicht aufteilt? Ich hoffe, der, was sich aufteilt. Weil der ist irgendwie einfacher. Weil ich glaube, der, was sich nicht aufteilt, der, was im Satan-Raum ist, der, äh, der stürmt nicht erst auf dich zu, bevor er diese Laser-Dinger schießt. Der macht die einfach automatisch. Aufpassen. Das verstehe ich unter Aufpassen. So, jetzt haben wir noch einen. Den darf wir kein Problem haben. Ich treffe ihn doch. Danke. Das ist der Maggie. Cool. Weiter. Okay, da unten ist der Item-Bomb. Da gehe ich hin. Und ich hasse diese Viecher. Falls man das noch nicht wusste. So, der ist weg. Alter. Geh doch tot. Geh doch tot. Auf jeden Fall hör auf, mich zu nerven. Und gib mir Bombe. Wohin renne ich eigentlich? Nach unten zum Item-Raum, bitte. Boah, wird das scheiße. Aber mit Sister Maggie und dem vollen Schaden, was ich hab, wird es nicht so schwer werden. Gut. Ein Raum verschwendet, damit kann ich leben. Alter, bin ich so. Warum renne ich denn da genau rein? Und du? Und ne Karte, darf ich mal mit. Ne, das will ich nicht. Oder hab ich das schon mal eingesetzt? Ich weiß jetzt nicht. Jetzt jedenfalls schon. Was haben wir da? Einhorn, ne. Da gibt's bessere Sachen. Die Hermit-Karte setze ich erst später ein. Weil, wenn ich jetzt da hochgehe, Voli kann ich jetzt einsetzen. Fürn höchstens zwei Räume, was ich da machen muss. Also von dem her. Ja, und Schlüssel nehme ich mit. Die Leiter. Die Leiter würde ich gern mitnehmen. Die Bombe auch. Bei so einem blauen Stein. So. Ein Raum hier noch. Wo? Dann ihn. Jetzt ihn hier. Ihn. Ihn. Zum Schluss ihn hier. Nerv mich doch nicht. Bleib stehen und geh sterben. Und zurück zum Item-Raum. Raum. Vor allem. Sehr schön. Ich würde gern Zucker drin finden. Das wäre schön. Schade. Hm. Hier ist auch noch ein blauer Stein. Darf ich nicht vergessen. Hm. Okay. Und du? Und dann komme ich dich entgegnen. Geht's schneller. Schau mal, wie nett ich bin. Na, ihr hier. Er langweilt mich. Er langweilt mich. Hm, 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 hm. So, jetzt noch den hier. Noch vier kleine Köpfe. Hm, hm, hm. Hallo? Und der noch. Na, ganz toll. Wie nett, was wir immer bekommen. Ich würde gerne die ganzen Kisten hier öffnen. Das da ist. Abkürzung. Hier ist ab. Ach, das war das. Scheiße. Egal. Ich würde mal sagen, besser als nichts. Hm, 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 hm. Und das war's. Und was habe ich hier noch? Die ich ja hoffentlich heute ohne Bug. Nervt mich nicht. So, noch ein Schlüssel. Ich würde gerne Bomben haben. Wenn's geht. So viele blaue Steine haben, die ich kann sie alle nicht öffnen. So, du. Ja, Bombe. Bombe. Schaffe ich das? Sehr schön. So sollte es sein. Und wieder eine Bombe dafür bekommen. Hat sich gelohnt. Jetzt den hier. Kriegen den Schlüssel, naja. Dann gehen wir mal zum Boss. Wieder mal Monster 2. Aua, warum renne ich nicht weg? Okay, jetzt geht er mal wesentlich schneller als sonst. Und angenehmer. Ach. Das ist schön, wie schnell der geht einfach. Einmal noch auf die Seite und weg ist er. Nö, mehr Reichweite brauche ich nicht. Mehr Schussgeschwindigkeit ist geiler. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ähm, war's das für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.